Schäfchenzählen war gestern, ab jetzt werden wuschelige Dupes gehütet. Das könnten zumindest die Entwickler von Core Design gedacht haben, als sie an dem Action-Adventure Hurdy-Gurdy werkelten. Das Comic-Abenteuer schickt sie in der Haut des Knaben Gurdy auf ein malerisches Island, wo das Hirtenleben alles andere als ein Kinderspiel ist. Diese hasenartigen Knuddelfiecher stellen übrigens ihre Herde dar. Die sogenannten Dupes folgen ihnen in den acht riesigen Spielwelten auf Schritt und Tritt. Was wiederum die brummigen Grumps auf den Plan ruft. Die Rosabeeren haben ihre Schützlinge nämlich im wahrsten Sinne des Wortes zum Fressen gern. Und so erweist es sich als eine echte Herausforderung, die Tierchen zusammenzuhalten. Doch ein wenig Berufserfahrung kann ihnen bestimmt nicht schaden, um später im großen Hirtenduell gegen den tyrannischen Herrscher der Fantasy-Insel zu bestehen. Zunächst treffen sie in stimmungsvollen Umgebungen wie Eislandschaften und Wäldern auf geheimnisvolle Ruinen, tiefe Flüsse und eine ziemlich eigenwillige Tierwelt. Langweilig wird ihre Odyssee also bestimmt nicht. Mit etwas Einfallsreichtum sind Hindernisse schnell aus dem Weg geräumt und komplizierte Passagen bewältigt. Die Gefahr durch räuberische Inselbewohner aber bleibt. Das Handeln der rund 20 verschiedenen Wesen ist dabei so durch deren eigene Macken geprägt, dass sie diese mit etwas Fantasie für ihre Zwecke ausnutzen können. So lassen sich die grummeligen Bären beispielsweise in Fallen locken, durch Wasser abschrecken oder mit wieder anderen Tieren vertreiben. Das Kennenlernen der lebhaften Hurdi-Gurdi-Welt lohnt sich also auf jeden Fall und ist zudem tierisch amüsant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017